Hallo und herzlich willkommen. Du bist beim besten Kanal für Vielflieger und weißt du, was ein Baggage Wrapping ist? Das ist ein Koffer versiegeln oder Koffer einpacken. Und das kann man ja in den Flughäfen weltweit. Und das sieht so aus. Viel Vergnügen! Der Mar-Ban-Ban-Bat-U-Piel, singen mit meiner Gitarra, für dich Marisabel. Coge du sombrer und Pantelow, gehen wir zur Pläne, die Sonne und Pantelow. Coge du sombrer und Pantelow, gehen wir zur Pläne, die Sonne und Pantelow. Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Also das Baggage Wrapping, das Koffer einpacken, Koffer versiegeln, das kann man weltweit bei allen Flughäfen, so zwischen 5 und 20 Dollar, kann man dafür ausgeben. Das soll ja vor Schmutz und vor Kratzern schützen. Naja, ob es das wirklich tut, das ist die andere Frage. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Interessant, um wie schnell das geht. Auf jeden Fall nicht vergessen, den Kanal zu liken, zu abonnieren und das nächste Video euch anzusehen. Bis zum nächsten Mal beim besten Kanal für viel Flieger. Und Tschüss!